Willkommen zurück zu einer neuen super russischen Folge. Infamous Second Son, freut mich, dass du da draußen russisch wieder mit dabei bist. Ich helfe deinen Leuten im Kampf gegen die D.O.P.s. Nein, folge weiter dem Signal. Erledige Diakulas. Ich habe meinem Lakaim die D.O.P.s als Belohnung für ihre Leistung versprochen. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video bewertet haben. Leute, haut eine saftig russische Bewertung raus. Eure Unterstützung ist mega wichtig, Alter. Das gibt es doch nicht, wie die mir hier auf die Fresse wiedergeben. Beinahe gestorben. Beinahe gestorben. So, wird Zeit, dass wir hier diesen Abschaum besiegen. Und diese verdammte Mission endlich beenden. Wahnsinn, oder? Ich meine, es sind nur so kleine Clowns. Kleine russische Clowns. Aber sie gewinnen. Sie gewinnen. Bam. Er hat mich einfach getreten. Ich bin ein Typ mit Superkräften. Und er tritt mich. So, du bist der Letzte, oder wie? Ich glaube, ich bin fast da, Eugene. Werden mir deine Freunde zur Hand gehen? Oder zur Kralle? Oder so? Wir kämpfen gemeinsam, Dennis. Komm, du bist der letzte Akula- und D.O.P.-Verräter. Fällt. Ganz schön kranke Worte von dem Kleinen, oder? Dafür, dass er sich irgendwo feige versteckt. Aber na gut. So ist das eben. Das ist sein Stil. Ich hab meinen Stil. Ich will nur eins. Vollgas geben. Oh. Warte mal. Ey, ey. Easy. Ich will nur ein bisschen Juice. Nein, nicht Neon. Obwohl. Komm, bleiben wir bei Neon. Dann kann ich wenigstens Dauerstoff geben. Neon ist immer noch richtig geil zum Fortbewegen. Okay, Eugene. Fehlen nur noch deine Freunde. Müssten jeden Moment da sein. Sie mussten nur ein paar Sachen abholen. Und jetzt liefern sie sie ab. Also für einen Typen, der sein Gesicht nicht zeigt, hast du einen echt schrägen Humor. Was läuft hier für eine hardcore kranke Scheiße. Okay, Jungs. Legt euch nicht mit mir und meinen Dämonen an. Selzen, das sind meine Dämonen. Hey, ich bin bei Ihnen. Es sind meine Dämonen, Alter. Ich bin der Dämonenführer. Nur wer wirklich da ist im Kampf, kann auch mitreden. Wow. Wow. Okay, machen wir mal die Nummer hier. Alter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hier gibt es eine Menge zu sehen. Eine fucking Lasershow. Und was für eine heftige. Okay, damit bin ich einige los und habe sogar noch eine Drohne runtergeholt. Das ist cool. Haben wir gewonnen. Okay, die Dämonen drehen durch. Dämonen für mich? Äh, ja. Könnte aber eine Weile dauern. Ich habe keine Weile. Die, die ich hier habe, sind gleich aufgebraucht. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Lass mich jetzt nicht hängen, Mann. Ich kann das nicht mehr. Eugene, bleib bei mir. Eugene. Eugene. Komm schon, Mann. Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen. Alter. Da ist so ein Endgegner, Dude. What? Holy shit. Holy shit. Okay, ich muss nochmal so ein Endgegner aus dem Weg räumen. Oh, Kack und ich habe meine Fähigkeit nicht mehr. Mein ultimatives Feuerwerk ist nämlich aufgebraucht. Dass da auch wirklich noch so ein Störsender sein muss. Der versaut mir ja gerade ganz schön die Tour. Ich sehe nämlich nicht, was da hinten noch alles rumlungert. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Ich brauche einen Gegner. Schnell. Jetzt ist irgendjemand gestorben. Och komm, jetzt habe ich es wieder versaut. Weil plötzlich alle hier drüben sind. Alter, das ist so heftig. Das ist so heftig. Selbst im Tarnmodus wichst ich nämlich weg. Krank. Einfach nur krank. Ich brauche meine Fähigkeit, sonst habe ich hier gar nichts zu melden. Ich kann halt die halbe Region hier nicht sehen. Komm schon. Komm schon. Auf diese ganzen Lichteffekte. Blickt noch irgendjemand durch, was hier läuft? Also ich nicht, Freunde. Guck mal, die schießen sogar auf mich, wenn ich im digitalen Geister-Modus bin. Oh oh. Nein, 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 nein. Alter, nein. Fuck. Deckung, 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 Deckung. Absolut Deckung. Alter, die fangen ja wirklich alles rauf. So, wir holen mal den hier. Ich habe meine Fähigkeit, aber ich will die gerade sparen. Weil es danach nicht unbedingt besser wird. Und ich habe keinen Juice mehr. Noch ein bisschen Energie. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay, ich habe keinen Schuss mehr. So, der ist weg. Alter, Doktor Beton. Nicht gut. Nicht gut. Okay, ich habe ihn. Ey, du Arsch. Eugene, hast du noch ein paar Dämonen für mich? Äh, ja. Könnte aber eine Weile dauern. Ich habe keine Weile. Die, die ich hier habe, sind gleich aufgebraucht. Nein, 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 nein. Das darf nicht sein. Lass mich jetzt nicht hängen, Mann. Ich kann das nicht mehr. Eugene, bleib bei mir. Eugene. Er lebt noch, oder? Komm schon, Mann. Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen. Übertriebene Kraft. Ja, aber er lebt noch. Jetzt halt für Rauch. Holy Moly. So, gib mir mal ein bisschen Rauch. Blicke auf, denn hier bin ich. Eugene. Sag bitte, dass du das bist. Jetzt werdet ihr den Zorn des Himmelsfeuers spüren. Oh, so ein Zorn habt ihr noch nie erlebt. Endlich, Eugene. Endlich. Jetzt hau mal drauf, du Bengel. Hey, Eugene. Wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das geht? Du bist unwürdig. Ey, du bist echt ein Sack, wenn du zum Engel wirst. Weißt du das? Irgendwie sind Engel doch immer Ärsche, oder? Deswegen sollte man lieber mit den Dämonen abhängen. Die sind einfach netter drauf. Alright. Ich glaube, die Dicke ist schon besiegt. Gut gemacht, Kleiner. Endlich bist du mal nützlich. Endlich bist du mal nützlich. War ja auch ein mies kranker Fight. Die Stadt gehört uns. Und wir zeigen keine Gnade. Ja. Recht hat er. So will man das sehen. Schon witzig, wie ein kleines, wahlloses Gemetzel die Welt gleich viel besser aussehen lässt, was? Hey, dafür habe ich mir auch richtig Mühe gegeben. Und deswegen habe ich mir eine Ehrenrunde verdient. Also, wo sind deine Freunde? Wetter Abgang. Oh, eine harte Mission. Eine echt harte Mission. Jagd auf die Jäger. Verachtung. Oh. Da düst eine Drohne rum. Und ich? Ich hänge hier irgendwo im Nirgendwo. Wo ist die Drohne hin? Egal, hole ich mir mal die Videogame-Fähigkeit. Gatze, bist du bei einem Fernseher? Seit Eugene bemühe ich mich darum. Die Nachrichten haben eine Explosion am Turm gemeldet und es dann wieder rufen. Such dir einen Aussichtspunkt und check die Lage. Eine Explosion beim Turm. Dieser Turm hier? Wollen wir hier unten? Ist noch eine... Eine Base. Alter, what the hell? Was fährt denn hier schon wieder für einen Film? Was sind das hier für Dudes? Das sind keine gewöhnlichen 0815 Dudes. Oh mein... Ey, die Gegner. Ey, am Ende die... Die ballern voll drauf. Die ballern voll drauf. Alter, geben die einem. Oh, guck mal, hier liegt noch einer. Einer. Und irgendwo da unten der andere. Ich muss unbedingt noch stärker werden. Weil die Gegner, die Glocken, ist wirklich so ultra hart drauf. Das waren auch keine normalen Standard-Dudes, sondern irgendwelche abgefuckten Betonfreunde. Alter, alter, das Dauerfeuer hier. Ich bin schon wieder fast tot. Wie, jetzt? Keiner ist gestorben durch den Scheiß. Ah, die kann ich nicht mehr... Die kann ich nicht mehr so wegholen. Die sind einfach zu massiv. Irgendwelche Rhinos. Die haben Rhinos-Shield. Wir alle wissen, Rhinos-Shield ist einfach zu krass. Boah, ich blick auch gar nicht mehr durch, ne? Diese ganzen Explosionen. Die ganzen Effekte hier. Boah, hier drüben. Alter. Alter, komm schon. Was ist das hier für ein komischer Zement, Mann? Endlich. Endlich, 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 endlich. Okay. Ich brauche auf jeden Fall Videokräfte nochmal hier oben. Kann ich irgendwas zwacken? Diese Zement-Dudes sind einfach viel zu heftig unterwegs. Warte, hier drüben. Irgendwas muss hier drüben sein. Ah, Video, endlich. Von dir will ich doch gar nichts, du kleiner Dulli. Von dir will ich doch nichts. Ich will diese Basis jetzt zerlegen. Ich will sie zerlegen. Komm, Schuss. Musst du doch mal weghauen. Keine Chance. Holy Moly. Komm, gib mir nochmal ein bisschen Saft. Okay, hier gibt es keinen Saft für mich. Gut. Alter. 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 Einmal. Zweimal. Hier noch eine kleine Explosion. Komm, Schuss. Jetzt. Mach ja nicht rum. Was war das für ein Geräusch? Ich bring euren Scheißladen endlich zum Fall. Bäm. Bäm. Na also, geht doch. Jetzt muss ich noch wissen, wo der Störsender ist. Danke. 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 Ein paar kleine Upgrades werden mir auf jeden Fall gut tun. Halt dich doch fest. Warum kann er sich hier nicht festhalten? Und tschüss, Kumpel. Wo ist denn eigentlich dieses Störsender-Teil? Okay, da drüben ist noch eine Kanone. Ja, komm. Machen kaputt. Okay, ich glaube, den haben wir. Noch eine Kanone. Und Schrott. Und ein bisschen Smoke. Okay, ist entweder unten oder ganz oben. Also, ganz oben, wie es scheint. Oh, da hoch zu kommen, ist so ätzend. Besonders mit einer Rauchfähigkeit. Boah, aber hier kriegt man echt viele Splitter. Ein nach dem anderen. Drüben kann ich mir noch einen holen. Das ist schon sehr, sehr gut. Einer von denen. Einer von denen. Ja, ich bin einer von denen. Na gut, ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Mission. Die ist ja direkt hier oben. Zehn Scherben habe ich schon wieder am Start. Die gute alte Rauchfähigkeit. Alter, wie groß ist dieses Gebäude? What? Oh, what? Das nimmt ja gar kein Ende. Ich kletter hier ein bisschen. Alles klar, was geht hier? Kann ich hier Videogame ein bisschen mitnehmen? Irgendwie nicht. Aber hier, hier muss es doch gehen. So. Einmal voll. Ey, die fahren jetzt wirklich hier die schweren Geschütze. Die fahren wirklich die schweren Geschütze aus. Weißt du, wie toll die Aussicht von hier oben ist? Konzentration, Bruder. Für Sightseeing ist später Zeit. Der Zin Rowe. Vergiss diesen Unsinn mit Seattle. Und komm sofort nach Hause. Ich komme heim, wenn ich hier fertig bin, Betty. Zwing mich nicht, nach Seattle zu kommen und dich zu holen. Na, ihr Glück dabei. Ey, mein, hast du dieses Betonzeug überall gesehen? Sie verschanzen sich offenbar. Ich hab ihnen wohl Angst gemacht. Tja, ehrlich gesagt machst du mir ein bisschen Angst. Ich bin dein Bruder, aber... Mann, die sollten Angst haben. Mit ein paar Betonklötzen halten die mich nicht auf. Okay, suchen wir einfach den Conduit. Wenn er dir zeigen kann, wie man sich rein- und rausschleicht, können wir nach Hause. So, wo ist denn der Meister, der mir helfen kann? Sieht aus wie mein Werk. Also noch ein Rauchkonduit. Eigentlich logisch. Von allem gibt es mehr als einen. Ich hatte wohl mal auf etwas Neues gehofft. Zeig mir, was du mit Werk meinst. Oh, der ist noch am Leben. Oh, oh. Ich bin halt einer von den bösen Jungs. Oh, oh. Krass. Krass. Die jumpen mir durch die Gegend. So, jetzt. Wo ist der andere Dude? Und weg. Toll, der Controller spricht zu mir. Dieser Conduit? Die sagen, es ist dieser Hank. Was? Sagtest du nicht, sie hätte ihn in Salmon Bay erledigt? Hat sie auch. Dachte ich zumindest. Ich meine, ich hab's selbst gesehen. Er ist tot. Ganz sicher. Such weiter. Wie jetzt hier in dem Gebiet? Was kann man hier noch finden? Oh, oh. Oh, oh. So, gute Nacht. Gute Nacht. Oh, verdammt. Direkt hier vor mir. Kleiner Rückzug. Das muss doch wehtun, Alter. Ihr seid mir ein bisschen zu robust mittlerweile, Jungs. Holy shit. Okay, nochmal hier hoch. Durchatmen, durchatmen, durchatmen und schwere Angriff nach unten. Alter, ich komm ja nicht mal auf die Füße. Das ist einfach nur abartig. Das ist einfach nur abartig. Das ist, ey. Du siehst auch nichts mehr. Du wirst so weggeflasht. So, direkt hier die erledigt. Und jetzt die hier direkt erledigt. Wahnsinn. Komm, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Jetzt bin ich nämlich wieder RIP. Komm, es sind nur noch drei Typen. Habe ich gewonnen? Auch den hier. Boah. Ey, ich bin nur am kloppen. Okay, Reggie, ich geb's zu. Ich lag falsch. Oh, der lebt noch. Behalte es. Ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Hey Delson, du sollst mich doch anrufen, wenn du in Downtown für Chaos sorgst. Äh, das bin ich nicht. Ich sehe hier jemanden, der jede Menge DUP-Helikopter ausräuchert. Du kannst das sehen? Wo steckst du? Auf einem Gebäudedach, Ecke 12. und Union. Wiedersehen mit Fetch in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Lass ne Bewertung da. Alter. Die hauen rein. Die hauen richtig rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.